In den fernen Orient, mitten in eine Welt alter Bräuche, fremder Sitten und schöner Frauen, will sie das Actionspiel Prince of Persia 3D entführen. Als Turban-tragender Adeliger sollen sie an entführte Prinzessin den Klauen des Bösen entreißen. Die größten Hindernisse auf dem Weg zur künftigen Frau Gemahlin sind allerlei Schwertschwinge-Bösewichter, denen sie per Chromsäbel oder mit Spießen den Gar ausmachen. Das Kampfsystem setzt nicht nur auf Tumbes draufhauen, sondern auf Geschick. Sie können feindliche Schläge blockieren und mit etwas Übung sogar besonders effektive Schlagkombinationen loslassen. Immer wieder gibt es mitten im Level festgelegte Zwischensequenzen, die auf besondere Gefahren wie hier auf einen Bogenschützen gegenüber dem Eingang hinweisen. Erst dann bekommen sie wieder volle Kontrolle über den Prinzen und am Kunden vorsichtig den prächtig angelegten Tempel. In den teilweise riesigen Levels ist, ähnlich wie in Tomb Raider, viel Sprunggeschick gefragt. Sie müssen mit perfektem Timing Fallen ausweichen, ihre schier bodenlose Abgründe hopsen und tödlichen Steinquadern ausweichen. Zum Schluss legen wir uns noch mit einem besonders hartnäckigen Ninja-Perser an. Gegen bewegliche Feinde wie diesen ist es vor allem wichtig, die richtige Waffe zu wählen und sich damit auf Distanz zu halten. Das gilt übrigens auch für tierische Gegner, etwa Tiger, denen sie ebenfalls begegnen sollen.